Ja, diesmal spielen wir wieder eine Challenge und diesmal habe ich etwas richtig besonderes vor. Und zwar, wir spielen eine Randomizer Challenge. Das bedeutet, wenn ich in meiner Minecraft Welt irgendeinen Block abbaue, zum Beispiel Holz, bekommen wir da nicht unbedingt Holz raus, sondern vielleicht auch mal eine Feder. Und bei etwas einfachem, wie einem Seetang, kann man zum Beispiel Diamanten bekommen. Das ist eben die Challenge und wir versuchen so Minecraft durchzuspielen. Wie lange wir dafür benötigen und ob wir es überhaupt schaffen, seht ihr im Video. Ich hoffe, dass es euch gefällt und würde mir sehr wünschen, wenn ihr wirklich bis zum Ende dranbleiben würdet und mich damit unterstützen würdet. Denn es hat wirklich lange gedauert, dieses Video zu schneiden. Ich habe es versucht, so kurz wie möglich zu halten, damit es einfach interessant und nicht langweilig ist, anzuschauen. Demnach würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video eine positive Bewertung da lässt. Ihr könnt auch sehr gerne den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und schaut auch gerne meinen Discord an. Erster Link in der Beschreibung führt euch direkt dorthin. Und ich würde sagen, Peace out. Ich bin Strikus. Es geht los. Wir machen heute die erste Challenge. Und zwar ganz einfach, ähm, Water Energy, also alle paar Minuten Water Energy und man weiß nicht wann. Und natürlich Block Randomizer. Wenn du einen Block abbaust, wird ein zufälliges Item gedroppt. Ich würde sagen, let's go, Slash, Start. Ja, muss für Game und 1-Minus ein L drücken. Gut, mal gucken, was Holz gibt. Garst und Endermite. Okay. Buch und Feder brauchen wir alles nicht. Plage, Geist, abgestorbene Sporale. Ich habe... Oh, 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 wir haben direkt Holz. Let's freaking go. So. Als allererstes gucken wir mal, was das hier gibt. Ja, Drachenei kann man aber nicht abbauen, deswegen bringt es uns das nicht. Vor allem mal. Endstein. Endstein gibt es im Maragd, okay. Gönn die Autogramm kann. Key, es gibt Hebe, Gravel gibt Z-Laterne und es gibt Diablog. Dankeschön, Joshi. Vielen, vielen Dank. Zack, zack. Easy. Gut, und so darfst du auch natürlich weitergehen. Es geht voran. Es geht richtig voran. Und hier haben wir noch Knopf. Knopf gibt Z-Lin. Z-Lin geht... Nee, Digga. Was? Okay. Vier, fünf, sechs, sieben. Ja. Wenn wir einen Schmiedetisch haben, dann haben wir tatsächlich... Ey, nee, das kann es keiner mehr sehen. Okay, wir haben hellgrauer Beton. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant. Yo, wir haben Dreizack. Let's go. Dreizack ist eine gute Waffe. Trockenboden, wie weißt du. Enderpern. Nein, never, never. Wir haben Enderpern. Wir müssen nicht in Nether, wenn wir noch Lohnstaub sind. Erde gibt Porus-Pflanze. Die kann man nicht anbauen. Lied Wund Siorgen. Ja, klar. Machen wir gerne an. Ich lasse das Lied jetzt noch ganz kurz zu Ende spielen und dann machen wir Siorgen an. So. Pfff. Pfff. Was? Wir haben es. Jungs. Wir haben es. Hä? Wir haben es. Junge, nein. Das kannst du niemandem erzählen. Zwei Minuten in der Challenge und wir haben Enderungen. Oh, was? Junge, weh. Oh, ich hatte Angst, dass es da drauf fällt. Okay, Essen, wenn es mal knapp wird. Oh, war der Holz. Holz. Yes. Yes. Jetzt, 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 endlich. Oh, meine Güte. Es hat so lange gedauert. Aber wir haben es. Wir haben es. Finally. Wir haben die Challenge gewonnen. Wir haben die Challenge gewonnen. Wir haben die Challenge gewonnen. Ja, okay. Es kann losgehen. Wir haben eine Eisenspitzhacke, Jungs. Oh, Mann. Finally. So, testen wir mal die hier. Es tut gut. Aha, Noah hat für zwei gestimmt. Wir haben genug Holz für... Ja, wir haben es. Wir haben es. Okay, dann... 64 Stück. Okay, ein bisschen holen wir uns noch. Ja. Ich glaub, jetzt gehen wir in Richtung N. Was ist mit Zuckerrohr? Ne, Zuckerrohr gibt irgendwas komisches. Hab ich vorhin schon getestet. Okay. Es geht los. Wir werden uns jetzt ein paar Marke holen. Holen uns jetzt nochmal... Ein Stack. Zwei Stack sollten wir reichen. Bogen haben wir. Jungs, soll ich nochmal... Soll ich nochmal ein bisschen was holen oder reicht das? Also Bogen brauchen wir nicht mehr. Einer reicht. Der hat 384 Durability. Zwei Stack reichen halt wirklich. Oder denkt ihr nicht? Warte, wo? Zurück. Wir sind gleich da. Es kann gut möglich sein, dass es jetzt hier irgendwo beim Kies ist. Da ist es. Es ist da. Let's go. Let's go. Jungs, wir haben es. Wir haben es knapp. So, jetzt schnell finden. Ja, wir haben es. Nee, Digga. Das kann es keiner mehr sehen. Ups. Ich habe einen nochmal. Okay. Rein da. Sehr gut. Wir haben Glück. Wir bekommen einfach gebratenes Fleisch hinterher. Let's go. Let's freaking go. Jetzt heißt es hoffen, Jungs. Jetzt heißt es hoffen, dass wir die Change erfolgreich meistern. Wir haben uns geburten. Wir können jetzt wieder gehen. Haben wir. Haben wir. Okay. Hilfe. Okay, let's go. Okay, wir schmeißen Enderpelle hier drauf. Und jetzt haben wir einen besseren Blick nach oben. Wir sind trotzdem nicht weg, gell? Was sieht aus? Oh. 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 Oh, bitte. Mach schnell, okay? Bruder, mach schnell, bitte. Danke. Dankeschön. Oh. Oh, bitte. Mach schnell, okay? Bruder, mach schnell, bitte. Danke. Danke, danke schön, dass er gut wird. Er könnte, er könnte, er könnte, er könnte. Let's go. So, wir haben die Challenge geschafft. Buuuu. BG. BG. In unter einer Stunde. Let's go. Oh man. Ja, egal. So, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn es das getan hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao. Ciao. Es hauen zu, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.